Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder soweit. Wir machen eine neue Ausgabe von Steinzeit und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, an den 21.12.2012, als das ZDF in einem ohrenbetäubenden Nichts vom Weltuntergang berichtet hat. Was ist damals eigentlich passiert? Das haben wir uns damals schon gefragt. Was ist seitdem passiert? Das ist das zentrale Thema von meinem jetzigen Gespräch und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dem Martin Strübin. Martin, hallo, grüß dich. Grüß dich, Robert. Martin, ich habe ja vor kurzem neulich schon mal deine Frau kennengelernt und habe mit ihr auch ein sehr lebhaftes Gespräch geführt. Es ist schwierig, mit ihr kein lebhaftes Gespräch zu führen, habe ich festgestellt. Also ich möchte euch unseren Zuschauern auch erst mal vorstellen, bevor wir auf das eigentliche Thema Zeit und Maya-Kalender kommen und so. Ihr macht also zusammen das Blaubeerwald-Institut. Hilf mir doch mal bitte, wo ist in der Blaubeerwald eigentlich? Also der Blaubeerwald ist an einem sehr geschichtsträchtigen Ort. Das ist bei Wackersdorf. Ah, ja, das kennen wir. Und da waren die ganzen Hüttenkämpfe damals, als um das WAA ging, Endlager, was ja der Strauß machen wollte. Das müssen wir für die jüngeren Zuschauer erklären. In den 80er Jahren hat die bayerische Regierung versucht, da eine Wiederaufbereitungsanlage zu bauen für atomaren Brennstoffe, die WAA. Und es gab eine riesige Bewegung innerhalb der Bevölkerung, Demonstrationen ohne Ende und im Endeffekt blieb nur der Zaun von dem Gelände übrig und ein paar Hallen und die Anlage wurde nie in Betrieb genommen. Das ist jetzt ein Industriegebiet. Genau, es war ein Milliardentrab für die Industrie eigentlich. Jetzt haben da irgendwelche Autofirmen ihre Hallen drin, gut geschützt von dem Zaun außenrum natürlich. Genau. Also wo liegt Wackersdorf ungefähr, dass man es verorten kann? Schwarendorf, Regensburg. Okay, Nordbayern. Genau. Und der Blaubeerwald ist halt mitten im Wald. Das ist ein Hektar großes Grundstück. Das heißt auch im Blaubeerwald, das ist der offizielle Name. Und als wir es damals gekauft haben, 98, hat halt unsere geistige, einer unserer geistigen Freunde gesagt, wir sollen jetzt alles unter dem Label Blaubeerwald machen. Darum heißt es auch Blaubeerwald-Institut. Okay. Das ist also nicht unsere Erfindung, sondern das ist wirklich der Ort, der uns diesen Namen, den Namen zur Verfügung gestellt hat. Ihr lebt da mit anderen Tieren zusammen? Genau. Eine halbe Ahenoa habe ich das mitgekriegt. Ja, wir haben viele Tieren. Und da ist auch euer Therapiezentrum? Da ist unser Therapiezentrum, da machen wir Einzelsitzungen, da leben wir halt auch. Wir versuchen da, oder was wir machen seit 18 Jahren mittlerweile, dass wir wirklich hier auch im Einklang mit der Natur leben. Also unser Wunsch oder unsere Vision halt wirklich, dass die menschliche Kultur in Harmonie mit der Natur leben kann, mit allen Naturreichen. Also Tiere, Pflanzen, Steine, Naturgeister natürlich genauso. Unsere geistige Freunde sind auch dort anwesend. Und wir leben da eigentlich an einem paradiesischen Ort. Das merkt man auch, wenn man reinkommt. Seid ihr Selbstversorger auch? Baut ihr Dinge auch an? Ist zu aufwendig. Also es ist sehr, sehr aufwendig. Gute Freunde von uns, die leben mit uns in einem eigenen Haus. Und die hatten diese Vision aber auch gemerkt, um wirklich komplett Selbstversorger zu machen, musste das eigentlich fast wirklich. Ihr könntet, wenn ihr müsstet, wäre es möglich. Wir könnten, wenn wir müssten, könnten wir das Selbstversorger machen. Das Energiethema ist einfach noch da, weil wir haben keine freie Energie jetzt in der Form. Solar geht nicht, also Sonnenstrom, weil wir zu viele Bäume haben und wir fällen keine Bäume dafür. Und Wind geht auch nicht. Aber bis jetzt ist alles super. Und ich meine, wenn alles zusammenbricht oder brechen würde, dann müssen wir eh uns arrangieren und schauen, wie wir es dann weitermachen. Aber so wirklich ein paradiesischer Ort und wir wollen das einfach auch vorleben. Und es ist wirklich uns gelungen, einen Ort zu schaffen, zusammen natürlich auch mit dem Blaubewald selbst, der auch ein Bewusstsein trägt, die Blaubewald-Dewa. Ja, wie es sein könnte oder auch wie es unserer Vision entspricht und wahrscheinlich auch vielen Menschen, ihrer Vision. Also wir haben auch nichts zugepflastert. Wir schauen, dass wirklich die Natur so intakt wie möglich bleibt und eingebunden wird auch in ihre Lebendigkeit und in ihre Intelligenz. Weil ja alles lebt. Also jeder Baum ist ein Lebewesen, jedes Tier, jeder Stein. Und das berücksichtigen wir halt in unserem Alltag auch und behandeln entsprechend alle Lebewesen als gleichwertig und eben beseelte und intelligente Wesen. Jetzt hast du mich noch neugieriger drauf gemacht. Ich freue mich schon mal auf den ersten Ausflug in den Blaubewald. Ja, ist auch nicht weit von München. Das steht unbedingt an, ja. Ich habe ja mit deiner Frau schon ausgemacht, dass wir nächstes Jahr zur Delfinreise gehen. Also das ist definitiv. Da müssen wir ja vorher alles planen. Okay. Aber anderes Thema. Du bist ja sozusagen ein Zeitexperte, aber jetzt kein Uhrmachermeister in dem Sinn. Nein, ich trage auch keine Uhr. Das ist keine Uhr übrigens. Das ist einfach nur ein Schmuckmagnet. Okay, okay. Aber du bist Experte, gerade was den Maya-Kalender betrifft. Und ich habe es jetzt gerade in der Anmoderation auch gesagt. Also das Jahr 2012 war ja für viele gerade in der Aufklärerszene oder in der ESO-Szene, wenn ich das jetzt mal in Anführungszeichen sagen darf, ein großes Thema. Also ich habe das 2001, 2002 so zum ersten Mal aufgeschnappt. Ich weiß noch 2003, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben bei dem Kongress in Regen. Wir waren da beide Referenten. Da war das noch endlos weit weg. Neun Jahre. Oh mein Gott. Ende 2012. Was wird wohl bis dahin alles passieren? Und alle haben sich gefragt, ja und wie geht es weiter mit dem Bewusstsein und so weiter. Und dann war da dieses ohrenbetäubende Nichts irgendwie so. So an diesem Tag wirklich ZDF sechs Stunden live berichtet von irgendwo her, live schalten. Und ich hatte so ein bisschen einen frustrierten, enttäuschten Moment im Leben, weil so ganz und gar nichts passiert ist irgendwo. Offensichtlich nach draußen, ja. Nicht dieser große Knall. Ja, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und jetzt wollte ich dich natürlich fragen, wie du das damals wahrgenommen hast. Ganz toll. Also wir waren in Mexiko, natürlich. Okay. Haben da mit einer Gruppe eine Rundreise gemacht und waren am 21.12. in Palenque. Das ist für uns das Herz der Maya-Kultur. Ja. Und es war sehr faszinierend, weil es hat geregnet, wie wirklich wie eine Sintflut. Ist das der Tempel, wo dann der Schatten von der Schlange da runterkommt? Nein, das ist Chichen Itza. Das ist ja mittlerweile Jahrmarkt. Den haben wir bewusst nicht gewählt, weil die meisten ESO-Gruppen und so weiter gingen dahin. Wollten wir nicht. Wir wollten wirklich in die Ur-Energie der Maya-Kultur und das ist für uns einfach Palenque. Und wir waren auch alleine. Das heißt, wir waren eigentlich die einzige Touristengruppe. Dann waren wenige Mexikaner da und ein Haufen Hippies. Das war ein Aufruf von einer Gruppe rund um Jose Arguelles, die da, aber das waren alle, die sind dann irgendwo in den Löchern der Ruinenkange, voll mit Drogen und aber das Faszinierende war, war einfach die Energie. Also dass sogar die Einheimischen draußen gestanden sind und in den Himmel geschaut haben und was ist, was geht da ab? Es war wirklich Sintflut. Es sind Wasserfälle, die die Pyramiden runtergelaufen. Es war einfach wirklich eine Reinigung par excellence. Und als wir dann am nächsten Tag, am 22. rein sind, war alles wie neu. Also die Mexikaner selber haben diesen Tag am 22. gefeiert und es war eine ganz feine, subtile neue Energie, reingewaschen, wie wirklich einen neuen Morgen, also einen neuen Aufgang. Es war super faszinierend, wie wir es da vor Ort verbracht haben. Für mich natürlich ist es lächerlich gewesen, der ganze Hype, der ja einerseits durch Emmerichs Blockbuster natürlich erst recht um die Welt gegangen sind, den ja von hunderten Millionen Menschen geschaut worden ist, dieser 2012 Hollywood-Blockbuster. Wo die Erde total kollibiert und ein paar wenige dann in diesen Aachen überlebt haben. Und auch der Hype rund um diese Aufstiegsszenarien. Ja, wir steigen da alle auf. Also wir gehen sozusagen als drittdimensionale Wesen ins Bett am 21. und 22. und 12. sind wir in der fünften Dimension. Das ist natürlich alles Blödsinn. Aber das zeigt einfach wieder, wie Propaganda und wie die Medien des Aufbauschen, vielfältige Weise, dass die Menschen völlig abgelenkt werden von dem, was wirklich passiert. Und die Wintersonnenwende 2012 hat etwas mit dem Mayer-Kalender ganz klar zu tun. Aber es war ja das Ende von so einem langen Zyklus. Es war nicht das Ende von einem langen Zyklus, es war das Ende von neun Zyklen. Also man muss die Wissenschaft der Zeit, ist ein bisschen komplex für uns Menschen, weil wir nicht wissen, was Zeit ist. In unserer Kultur verwenden wir Begriffe als Zeit, wie die Stunde, Tage, Jahre, die aber gar keine Zeit definieren, sondern Bewegung im Raum. Ja, weil ein Tag ist die Drehung der Erde um ihre eigene Achse. Es ist eine dreidimensionale Bewegungsrichtung, es ist eine Raumbewegung, es ist rein dreidimensional. Und genauso die Bewegung der Erde um die Sonne, das kann man dann aufblähen, auf welche Jahreszahlen auch immer. Auf jeden Fall, das sind dreidimensionale Größen, aber wir sagen, es ist Zeit. Das stimmt aber nicht, das ist keine Zeit, das ist Bewegung im Raum, es ist 3D, Zeit ist 4D. Und 4D, die Zeit, die kennen wir halt, in unserem Begriff nicht, eher als Zeitqualität, könnte man sagen. Dass jeder Moment oder jeder Augenblick, jeder Tag eine andere Qualität trägt. Und die Maya haben halt als Kultur, als eine Kultur dieser Welt, den Auftrag gehabt, das Wissen um die Zeit zu hinterlassen. Und die Zeit ist was Vertikales, es ist eine viertimensionale Einstrahlung von Qualitäten und Kräften, die den Raum sozusagen als 3D füllt und Zeiträume bildet mit bestimmten Eigenschaften. Und bei der Zeit geht es um Evolution, geht es um Entwicklung, geht es immer um eine Beeinflussung des Lebens im dreidimensionalen Raum mit einem bestimmten Zweck. Also man könnte fast ein bisschen das vergleichen mit dem göttlichen Dharma, mit dem, was aus der indischen Philosophie kommt, dass es einen göttlichen Plan gibt für das Universum oder für die Entfaltung des Lebens, begrenzen wir es mal auf die Erde in unserem Sonnensystem. Und die Zeit hat halt als Programm, als Matrix, als eine Struktur die Aufgabe, dieses Leben unterschwellig zu bewegen, in bestimmte Erlebnisräume zu bringen, wo dann aber jedes Lebewesen freiwillig darauf reagiert, sich dagegen wehrt gegen diese Qualitäten oder eben mit dem Fluss der Zeit mitfließt und dann eben in Erfahrungsräume kommt, um gewisse Dinge zu erleben. Und das ist halt ein Begriff, den kennen wir in unserer Gesellschaft nicht. Und in diesem Kontext muss man auch die Wintersonnenwende 2012 sehen, als Zyklen, die vollendet wurden, lange Zyklen, also der längste Zyklus beginnt eigentlich beim Urknall. Also die Maier haben mit riesigen Zeiträumen hantiert, sogar mit Zeiträumen, die darüber noch hinausgehen, wo die Schöpfung noch gar nicht existiert ist, zumindest nach unserer Wissenschaft nicht. Unsere Wissenschaft definiert es zwischen 13 und 15 Milliarden Jahre. Der längste Zyklus im Maierkalender, der längste Faktalzyklus dauert 16,4 Milliarden Jahre und da gibt es halt verschiedene Zyklen, die bestimmte Evolutionsentwicklungsphasen auf der Erde definieren. Und man hat das wissenschaftlich untersucht, also Anthropologen und Archäologen und so weiter haben dann diese Zyklen des Maierkalenders, diese unterschiedlichen Faktalzyklen auch verglichen mit ihrem Wissen und sind darauf gekommen, tatsächlich sind bestimmte Sprünge im Leben, also zum Beispiel vom Einzeller, zum Vielzeller, zum Säugetier, zum Menschen, zum Familienbewusstsein, zum Sippenbewusstsein, zum nationalen Bewusstsein, zum globalen, also planetaren Bewusstsein und so, tatsächlich in Synchronicität mit diesen Zeitzyklen. Immer an diesen Schnittpunkten. Genau, diese Schnittpunkte, wo man sehen konnte, aha, jetzt beginnt der neue Zeitzyklus, dieser Zeitzyklus hat eine bestimmte Absicht, das Leben auf der Erde in einer höheren Evolutionsdynamik oder in einem höheren Evolutionszustand zu bringen und tatsächlich kann man das so eins zu eins nachverfolgen. Das sind ja schon ziemlich komplexe Zusammenhänge und Vorstellungen von Zeit. Ich frage mich, woher die Maier so etwas wissen konnten. Ich habe mal in einem Buch aufgeschnappt, das, was wir Menschen als Zeit bezeichnen, ist eigentlich drei Sekunden. Also wenn ich jetzt 21, 22, 23 mache, dann ist das, was da drüben ist, ist die Zukunft und auf der Seite ist die Vergangenheit. Also alles, was in diesem Bereich drin ist, können wir als die Gegenwart wahrnehmen. Alles davor und danach ist eigentlich Vergangenheit und weg. Oder Zukunft und noch nicht da. Drei Sekunden ist unser Zeitbegriff, dass der Mensch mehr oder weniger greifen kann. Ja, aber das ist eigentlich nicht ein Zeitbegriff, sondern ein Wahrnehmungsbegriff. Das ist nur die Wahrnehmung. Also ich lebe innerhalb von drei Sekunden sozusagen. Drei Sekunden ist gerade noch so, dass es noch nicht zu weit weg ist, aber das können wir greifen. Das kann ich mir vorstellen, ja, mehr geht bei mir nicht. Aber woher hatten die Maierkrieger, die ja eigentlich noch mit dem Lendenschutz im Dschungel unterwegs waren, wenn wir von Mel Gibson den Film anschauen, woher hatten die das Wissen? Also es gibt verschiedene Hypothesen dazu. Ich meine, die Maier selber sagen, die Maierältesten, sie kommen von den Plejaden. Also sie selber definieren sich als Sternreisende, die wirklich als Sternensaat auf die Erde gekommen sind, als Bewusstseinsfunken auf die Erde gekommen sind, um hier in Fleisch und Blut zu inkarnieren, um dieses Wissen zu bringen. Dann gibt es natürlich auch die Themen mit Außerirdischen, was ja auch überliefert ist, dass sie Kontakte hatten mit Außerirdischen, wo sie dann eben Kukulkan oder bestimmte Götter wirklich als Raumreisende definieren, die ihnen das höhere Wissen gebracht haben. Dann gibt es Schnittstellen mit Atlantis, weil auch Atlantis verschiedene Kulturen dann als ihre Nachfolger hinterlassen haben, nachdem Atlantis unterging. Also es ist so ein Sammelsurium, es ist schwer zu definieren, wirklich, was ist jetzt die Wahrheit. Man kann einfach sagen, okay, die Maier sind eigentlich ein multidimensionales Volk, was eben die Aufgabe hatte, gerade die Kosmologie oder die Wissenschaft der Zeit uns zu hinterlassen, weil dieses Wissen ja überhaupt nicht in unserer kulturellen Geschichte der letzten 5000 Jahre wirklich vorkommt. Weil du gesagt hast, haben sich hier inkarniert in Fleisch und Blut, das sieht man ja wirklich bei den Maier sehr deutlich an diesen ganzen Ritualen und so weiter. Das wird dann eben immer genommen als Kritikpunkt. Aber stimmt ja nicht. Warte, der Gedanke ist, die Maier sind quasi ein Sternenvolk oder ein höher entwickeltes Bewusstsein, das hier ganz gezielt hergekommen ist. Aber warum waren die dann so brutal? Und das wird dann immer genommen als Kritik an diesem Gedanken, dass die eigentlich schon viel weiter waren. Ja, da müssen wir uns differenzieren. Woher kommt das Bild der Maier? Das kommt eigentlich auch von den ganzen Conquistadores, beispielsweise von den ganzen Cortes und so weiter. Genau, und so weiter. Natürlich auch katholische Kirche. Das muss man sich vorstellen, zu dieser Zeit, als eigentlich dann Mittelamerika wirklich erobert wurde, war ja eigentlich Europa noch im Mittelalter. Also wirklich primitiv, beherrscht von der katholischen Kirche, von dieser ganzen Angst, von dieser Kosmologie der katholischen Kirche. Die ganzen Conquistadores waren in der Regel Söldner, Verbrecher oder sonst was, die einfach ihr Glück in der neuen Welt gesucht haben, weil sie wussten, sie haben in Europa keine Zukunft. Dann hat man da auch sehr viel vorgefunden. Man hat ja die Maier selber gar nicht mehr wirklich erlebt. Die Maier waren damals die Sklaven der Tolteken und der Azteken. Das heißt, die Maierkultur selber war um das Jahrtausend rum schon eigentlich untergegangen, beispielsweise erobert worden von anderen Völkern. Und die Azteken waren ein Kriegervolk. Und die Maier, die damals noch gelebt haben, waren die Sklaven der Azteken. Ah, verstehe. Und also dieses ganze Bild hat überhaupt nichts eigentlich mit dieser Hochkultur der Maier zu tun, die ja bereits so um die Zeit Null entstanden ist. Beispielsweise die Vorgängerkulturen wie die Olmeken, die reichen ja über Jahrtausende vor Zeitrechnungen zurück, wie das Ganze sich aufgebaut hat. Also das Bild, das uns Mel Gibson in dem Film Apokalypto gegeben hat, können wir von den Maiers abkoppeln. Über Hollywood müssen wir nicht reden. Wir wissen, was Hollywood für Aufgabe hat, was für Bilder sie projizieren. Das heißt, dieses hochstehende Volk, da gab es natürlich auch Bauern, da gab es natürlich auch Kriege dann in der späteren Phase, wo dann diese Großstädte mit Hunderttausenden von Einwohnern gebildet wurden, was ein hoher kultureller Stand war, dass die überhaupt solche Städte bauen konnten und die ganze organisatorische Struktur und was dazu gehörig ist. Aber die Maier selber, die hatten die Aufgabe, einfach dieses Wissen, sowohl unseres Sonnensystems, der Kosmologie, aber auch eben dieser höheren dimensionalen Verflechtung der Zeit einfach zu erforschen. Man sagt ja, sie waren besessen von der Zeit. Da waren sie auch in der Astronomie super ausgebildet, weil sie hatten einfach dieses Wissen. Natürlich nicht alle, der Bauer selber nicht. Aber die Priester, ich erinnere mich selber an eine frühere Inkarnation, wo ich Hüter der Zeit war bei den Maier. Also wir hatten, ich und Christine, mehrere Inkarnationen in dieser Kultur. Und deshalb ist auch der Maierkalender jetzt in meinem Leben auch wieder so präsent, weil das einfach eine meiner Aufgaben ist, dieses Wissen weiterzureichen. Du kannst verstehen, dass wenn du sagst, du hast früher eine Inkarnation gehabt, da und da und du erinnerst dich dran, dass bei Leuten da die Augenbrauen hochgehen, das verstehst du, oder? Ist mir auch egal, weil das ist ja mein Erleben. Das ist ja keine Fantasie, die irgendwie kommt, sondern das ist eine, wenn eine solche Erinnerung aufsteigt, dann ist die multisensual. Das heißt, du hast nicht nur das Wissen, die Bilder, die Gefühle, das kann sogar körperliche Zustände sein von dieser Inkarnation, die du erlebst im Hier und Jetzt. Da kommen wir wieder zurück, hier und jetzt. Das ist die Schnittstelle des Lebens. Wir leben nur hier und jetzt. Auch wenn Aspekte von uns natürlich sowohl in der Zukunft als in der Vergangenheit in dieses Hier und Jetzt immer wieder reinspielen, weil sie in anderen Dimensionen trotzdem bereits existent sind oder noch existent sind. Trotzdem, das Hier und Jetzt ist die multidimensionale, vertikale Schnittstelle in das Multiversum. Das heißt, unseres Bewusstseins. Das ist wie ein Fahrstuhl. Wir können nur im Hier und Jetzt bewusst, aber Kraft unseres Bewusstseins reisen. Und die Zeit ist ein solcher Strom, die Mayers nennen es die Welle der Zuvuya, der Kreislauf der Erinnerung, auf den wir surfen können. Also wirklich diese Wellen bewusst verwenden, wenn man darüber Bescheid weiß. Also es tangiert dich jetzt nicht in deiner Arbeit, wenn Leute da erstmal sagen, ja, das ist halt das, was er glaubt. Und damit kann man natürlich dann auch gute Geschichten erzählen, so in der Richtung. Also mir geht es jetzt nicht so. Ich bin offen für alles. Das habe ich deiner Frau auch gesagt. Ich höre mir alles an. Und wenn das für mich stimmig ist, dann ist das so. Es geht mir nur darum, gerade in Bezug auf 2012 ist natürlich dann die ganze Aufklärer-Wahrheits-Esoterik-Szene ziemlich diskreditiert worden. So nach dem Motto, ah, das war doch alles nur Geschäftemacherei. Das meine ich damit mit diesem Gedanken, dass es halt Kritik gibt an Leuten, die solche Dinge propagieren. Gut, aber wenn wir jetzt 2012 explizit nochmal hernehmen, dann war das natürlich sehr eine kindliche Ansicht oder auch eine starke Projektion sowohl von Ängsten wie auch von Hoffnungen. Dann passiert etwas außerhalb von mir, was mich aber dann dahin bringt in einen Zustand, den ich mir wünsche oder eben befürchte. Also man hat da auch wieder die Verantwortung nach außen projiziert und natürlich den großen Kontext dieser ganzen Zeitzyklen, die rund um 2012 ihre Wellen und ihre Kreise schlagen. Weil das Problem auch hier wieder in unserem nicht vorhandenen Zeitverständnis gehen wir ja immer von der Vergangenheit in die Gegenwart in die Zukunft. Aber in der Wissenschaft der Zeit ist auch klar impliziert, dass auch die Zukunft in die Gegenwart reicht. Das heißt, wir werden auch nicht nur von der Vergangenheit beeinflusst, sondern auch von der Zukunft. Und wir haben überhaupt keine Vorstellung, wie Zeit als multidimensionalen Strukturen und Programme hier im Hier und Jetzt sich immer wieder niederschlagen. Und wenn man sich einfach mit diesem Thema wirklich auseinandersetzt, dann sieht man, wie neun gigantische Zyklen, also diese Zyklen haben etwas mit dem Faktor 20 zu tun, also 16 Milliarden Jahre, 800 Millionen Jahre, 40 Millionen Jahre, 2 Millionen Jahre, 100.000 Jahre, 5000 Jahre, 260 Jahre und so weiter. Die verkürzen sich dann immer wieder in ihrer Raumbewegung selber, aber in ihrer Frequenz erhöhen sie sich auch um den Faktor 20. Das heißt, innerhalb von einem Zwanzigstel geschehen dann immer wieder Evolutionssprünge, die vorher ganz lange Zeit gebraucht haben, immer weniger Zeit brauchen, immer weniger Zeit. Aufgrund der höheren Schwingung auch. Aufgrund der höheren Schwingung und aufgrund dessen, dass natürlich Zeit hat auch etwas mit Licht zu tun, mit Gravitation zu tun, mit Frequenz zu tun. Das ist alles sehr verstachelt, sehr kompliziert. Also ich studiere seit über 20 Jahren den Maierkalender und diese Kosmologie und bin auch nur ein Hobbywissenschaftler, der versucht dann eben in anderen wissenschaftlichen Gebieten hier Bestätigungen oder Informationen zu finden, die hier reinpassen und versuche dann ein großes Bild halt dadurch zu malen. Es ist sehr komplex, sehr schwierig. Gerade für unseren Intellekt, der halt nur 3D linear funktioniert. Also da muss man sehr viel auch eben mit der rechten Gehirnhälfte und eben vertikal mit aus der kosmischen Intelligenz sich halt auch Informationen holen und eben aufgrund meiner Resonanz, weil ich eben diese Wissenschaft schon kenne aus früher Inkarnation und hat sich das sehr schnell bei mir aufgegliedert, als ich zum ersten Mal in Kontakt kam und das hat mich fasziniert und getriggert und ich musste ohne das wissen, was das eigentlich ist, hat es mich da reingezogen und ich bin dann auf den Weg gegangen, 1995 zu suchen, gibt es da irgendwelche Informationen für meinen Verstand, um da mich immer ein bisschen zu belesen und es gab fast nichts und habe mir das aufgebaut und durch eigene Erlebnisse und natürlich auch durch Reisen in Mexiko gingen auch Räume in mir auf, weil ich den Fuß in mein altes Land oder in ein altes Land gesetzt habe und dann sind natürlich aus meiner eigenen, aus meinen eigenen Archiven und Erinnerungsbibliotheken plötzlich Räume aufgegangen und haben mich wieder mit Wissen überschüttet und das musste ich dann integrieren und dann wieder verarbeiten und so ging das weiter. Also 2012 ist eine Schnittstelle, ich nenne es so das Nadelöhr der Zeit, wo eben sowohl vergangene als auch zukünftige Zeitzyklen und ihre möglichen Wirklichkeiten, die daraus resultieren, übereinander latten. Okay? Das heißt, wir haben sozusagen, wir haben beides mit 2012, wir haben sowohl den Untergang der alten Welt als auch den Aufstieg in die fünfte Dimension, das ist alles da, aber das passiert halt nicht so. Genau. Sondern das sind Kreisläufe, die über Jahrtausende sich aufgebaut haben und auch in Jahrtausende Zukunft reinreichen, also nur um das Verständnis zu kriegen. Und ich sage auch so, das war so die Schnittstelle der Evolution hier auf der Erde, das Ende des Abstiegs. Das Ende des Abstiegs, also das war die Talsohle sozusagen. Genau, das war der Tiefpunkt unserer Evolution, was, wenn man es jetzt multidimensional betrachtet, fangen wir mal an. Wir als Geistwesen, als Geistseelen, haben sozusagen am Anfang der Zeit, am Anfang des Raumes die Absicht bekundet, wir wollen in diese wunderschöne Schöpfung uns hineinbegeben. Das heißt, wir sind vielleicht, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt das Weltbild von Burkhard Heim nimmt mit seinen zwölf Dimensionen, sagen wir, okay, wir waren Wesen der zehnten Dimensionen und haben gesagt, ja, wir wollen auf 3D runter. Und haben uns dann über diese Zeitzyklen, die gleichzeitig auch die Biologie in der Materie, in der Schöpfung vorbereiten mussten, als Gefäße, damit wir als Geistwesen überhaupt einziehen konnten, vorbereiten. Die ersten Individuen auf diesem Planeten waren die Einzeller. Zum Beispiel. Okay, das war der erste Planeten. Das heißt, wir haben in diesen 16 Milliarden Jahre uns immer tiefer, 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 tiefer hinunterbegeben in der Frequenz und gleichzeitig begangen eine Entwicklung, wo wir uns im Raum immer mehr ausgedehnt haben als materielle Wesen. Und diese Schritte, wie es eben die Mayers definieren, der Zolkin in seiner faktalen Struktur, waren der Einzeller, dann der Vielzeller in Form von ersten Lebewesen bis zum Säugetier. Daraus entstand dann der Mensch. Das heißt, man hat sich dann wirklich als 50 Billionen Einzellerwesen, als Einwesen definiert. Der nächste Schritt war dann die Definition und die Identifikation als Familie. Das heißt, meine Familie bin ich. Also es ist immer eine Vergrößerung des Ich-Bewusstseins. Ich bin meine Familie, nicht nur ich selber. Familie. Dann die Sippe kam hinzu. Das heißt, auch andere Lebewesen, andere Individuen, die aber jetzt nicht zu meiner Blutsfamilie gehören, gehören aber auch zu meinem Ich. Mein Stamm hat man heute noch. Mein Verein, meine Partei ist auch eine Sippe. Dann hat sich das weiter ausgeweitet in regionale Identifikationen. Dann kam vor 5200 Jahren eine ganz wichtige Veränderung, dass wir uns als Nationen begonnen haben auszubilden und gleichzeitig auch unsere linke Gehirnhälfte verstärkt aktiviert haben. Links ist zuständig für was? Für Intuition? Links ist Rationalität, ist Berechnung, ist rein logisch, linear. Mathe? Genau, so wie wir es in unserer heutigen Welt haben. Da wird ja hauptsächlich nur die linke Hirnhälfte akzeptiert, das Wissen. Und die rechte Hirnhälfte mit ihrer Intuition, mit ihrem emotionellen Bewusstsein, mit seinem vertikalen Bewusstsein wird ja immer noch belächelt. Aber das wird auch bald verschwinden. Also das wird auch bald anerkannt werden. Und das war so etwas wie der Sündenfall vor 5200 Jahren, wo wir wirklich unser mystisches Bewusstsein verloren hatten. Diese Anbindung an die Götter, an die Naturkräfte, dass eben alles beseelt ist und so weiter. Und der nächste Sprung war dann vor 260 Jahren, als das planetare Bewusstsein initiiert wurde. Das heißt, man musste jetzt die einzelnen Nationen und diese Kämpfe um die Weltherrschaft sozusagen in ein globales Bewusstsein verwandeln. Und das ist auch eine wichtige Zeit. Ungefähr 1750 begann das. Da hatten wir dann auch den Aufstieg der Logen, der Rothschilds, des Bankensystems, dann die unterschiedlichen Revolutionen, wo eben einzelne Nationen dann entmachtet wurden, wo sozusagen die globale Struktur gelegt wurde. Also auch eine ganz wichtige Zeitphase, wo wir zwar der Meinung sind, das sind die Bösen. Die haben sozusagen die nationale Souveränität unterwandert und haben ihre Netzwerke aufgebaut. Aber das war im Einklang mit der Zeit, synchron mit der Zeit. Weil die haben sozusagen die ganzen Strukturen gelegt, damit wir zu einer Welt werden. Das heißt, diese Ideologie, wo wir sagen, die wollen die neue Weltordnung, das will das Leben auch. Die Frage ist nur, auf welcher Qualität basiert diese neue Weltordnung. Und dann ist auch spannend, die letzten 20 Jahre vor 2012 wurde auch nochmal ein ganz wichtiges Cartoon initiiert. Eine starke Erleuchtungsenergie. Technologie. Also von 92 an bis... Von 93 bis 2012. Diese 20 Jahre waren auch sehr wichtig. Auch nicht ungefähr war dann der Fall der Mauer, der Zusammenbruch der UDSSR, der Start des Internets. Ganz sehr wichtige Technologie. Das Netzwerk. Es geht ja auch um Vernetzung im Leben. Es geht ja um... Eigentlich das spirituelle Internet existiert ja. Und alles, was wir technologisch bauen, ist nur eine mickrige Kopie des Lebens, wie das Leben grundsätzlich funktioniert. Und in dieser Zeit ist ja auch die Esoterik explodiert. Vorne waren es ja noch einzelne in den vorhergehenden Jahren. Und plötzlich wurde es zum Massenphänomen. Wo ganz viele Menschen sich plötzlich dafür interessiert haben, aufgewacht sind oder ganzheitliche Lösungen und Strukturen gesucht haben. Und dann im Jahr 2000 begannen dann die letzten 13 Jahre. Das ist für mich, ich nenne so diesen Zeitzyklus, der erste Teil von Armageddon. Aber im Sinne der griechischen Übersetzung, Offenbarung. Weil in dieser Zeitphase wurde uns dann wirklich gezeigt, wer regiert die Welt. Welche Schattenstrukturen existieren wirklich. Und im zweiten Jahr dieses Zyklus, 9-11. Und das zweite Jahr ist immer ein Jahr der Herausforderung in diesen 13 Schritten. Es ist auch immer eine wichtige Herausforderung für uns zu schauen, okay, welchen Preis müssen wir bezahlen, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Und 9-11 hat extreme Bewusstseinsaufklärung gebracht. Also einerseits haben wir da die alten Herrscher, die ihre Macht nicht abgeben wollen. Weil mit 2012 beginnt der neue Evolutionsweg. Und die haben uns eben an der Tiefpunkt der Materie geführt. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, die Aufgabe dieser Dunkelnmächte hat Sinn für die Schöpfung. Ist nicht sinnlos. Ist nicht nur ein Machttier von ein paar Dämonen, bösen Außerirdischen oder Blutsfamilien und Satanisten, sondern das hat auch seinen Platz in der... Das ist für viele schwer zum Nachvollziehen. Natürlich. Aber das ist die einzig logische Erklärung. Ja, ja, schon. Natürlich. Weil wir in unserem begrenzten menschlichen Bewusstsein immer das Gute wollen und das Böse negieren. Das ist einfach so. Weil wir Angst vor dem Bösen haben, weil da Schmerz drinsteckt. Und das Gute, weil da Liebe drinsteckt. Und so sind wir auch getaktet in unserem Unterbewusstsein. Das ist einfach eine natürliche Art und Weise. Aber wenn man das vom universellen Blick her betrachtet, ist die Dunkelheit ein ganz wichtiger Pol. Naja, auf jeden Fall im Jahr 2000 begann diese 13 Jahre der ersten Hälfte des Armagedons, wo uns dann wirklich aufgeschlüsselt wurde, für jedermann sichtbar, wer regiert die Welt. Wer hat uns an diesen Punkt hingebracht und wer hat diese alte Welt mit all ihrer Zerstörung, mit all ihrem Leid, mit all ihrer Verschmutzung und Pervertierung und dieser Energiekampf. Es geht ja nicht um Geld, es geht auch nicht wirklich um Macht auf dieser Welt, sondern es geht nur um die Energieversorgung. Weil diese dunklen Kräfte, die ihren Platz haben in der Schöpfung und ihre Aufgabe, ernähren sich von unserer Energie, weil sie sich nicht mehr aus der göttlichen Energie ernähren können. Kennen wir ja aus der Lucifer-Analogie. Die gefallenen Engel. Hat sich abgewandt. Das heißt, hat sich abgewandt von der Energiequelle par excellence, von Gott. Die Quelle alles Seins, des Lebens, der Intelligenz, der Liebe, von allem. Also muss ich dafür sagen, wo kriege ich jetzt meine Energie her, mein Futter. Und wir sind die Ersatzbatterien. Wir sind unter anderem, wie in Matrix dargestellt, einfach Energieversorger. Und über Angst funktioniert das halt sehr gut, weil das ist der Pol dieses luziferischen Prinzips. Angst zu machen, was die Menschen klein hält. Also die letzten 13 Jahre waren auch nochmal sehr eindrücklich. Gleichzeitig wurden in diesen 13 Jahren auch die Digitalisierung der Welt vorangetrieben. Das ist auch ein Riesenthema. Auch die Magie, die schwarze Magie, hat sich extrem ausgebreitet in diesen 13 Jahren. Und dann kommt eben dieser Schnittpunkt Wintersonnenwende 2012. Und das ist der Tiefpunkt. Das ist ein symbolischer Tiefpunkt. Also wirklich nicht bitte festmachen an einem Tag, sondern man muss es immer in diesem Kontext von Zyklen sehen. Ich sage es mal, mindestens der letzten 5000 Jahre. Was kosmisch gesehen ein Wimpernschlag ist eigentlich. Genau. Wichtig. Wenn man schaut, die Erde ist viereinhalb Milliarden Jahre alt. Also das ist wirklich nichts. Und auch für unsere menschliche Zeit, die wir schon auf diesem Planeten sind, mit unterschiedlichen menschlichen, ich sage es mal, Bio-Hardware-Wesen. Es gab ja auch andere Menschen, nicht nur den Homo Sapiens. Also wenn man das so betrachtet. Also das ist super spannend. Und wir haben ja witzigerweise auch die Millenniumsfeier ein Jahr zu früh gefeiert. Wir hätten eigentlich von 2000 auf 2001 feiern müssen. Genau. Die ganze Welt hat eigentlich den Beginn dieser galaktischen Unterwelt, wie das genannt wird im Zolkin, gefeiert. Den Beginn dieser letzten 13 Jahre. Wo eben ganz viel, wo einfach alles an die Oberfläche kam. Zur Wintersonnenwende 2012 wusste eigentlich jeder aufgeklärte Mensch, der einigermaßen offen die Welt betrachtet und die Hintergründe, was auf diesem Planeten läuft. Jetzt haben wir natürlich das Problem, oder was heißt nicht das Problem, die Herausforderung, dass wir eine 5000-jährige Kultur haben, die auf alten, absteigenden Dynamiken und Inhalten und Energien basiert war. Das heißt eben, sich hinunter zu verdichten an den tiefsten Punkt der Frequenz, was uns als Geistwesen möglich ist, uns aber bis an den Rand des Universums auszudehnen. Aber rein horizontal. Das heißt, wir sind nur Materie. Unser Bewusstsein ist nur ein Nebeneffekt von neurologischen Abläufen. Alles, was über die fünf Sinne hinausgeht, existiert nicht. Oder wenn, dann nur als elektromagnetische Frequenzen. Aber es nicht belebt. Steine sind tot. Pflanzen, ja, rudimentäres Bewusstsein. Tiere, naja, man kann sie fressen. Also das Weltbild, was wir da an diesem Punkt erreicht hatten, war wirklich der Tiefpunkt. Aber natürlich gab es schon Pioniere, die schon seit 20 Jahren oder länger sich auf den Weg gemacht haben, der jetzt nach 2012 für die ganze Menschheit ansteht. Nämlich eine Umkehr zu finden, uns also nicht noch tiefer in den Meeresgrund, in den Schlamm hineinzugraben, was eigentlich nur noch Tod und Vernichtung und Verderben bedeutet. Sondern jetzt will das Universum von uns, oder ich sage jetzt mal der Fahrplan der Zeit, dass wir uns jetzt wieder umdrehen und mal sagen, hey, wo sind wir jetzt hier? Die Vergangenheit wird saldiert. Wir stehen an einem Punkt, wo wir diesen Planeten vernichten, inklusive uns selbst. Eindeutig. Also ich habe meinen letzten Vortrag vor, war das Menschheit. Im zweiten Teil habe ich eine, über eine Stunde lang nur mit der heutigen Gesellschaft abgerechnet, wie lebensfeindlich sie ist. Und da hätten wir natürlich, hätten wir viel mehr, aber einfach die wesentlichen Punkte. Was es mit der Natur auf sich hat, dass wir in den letzten 50 Jahren ein Drittel der Spezies ausgenotet haben, Fukushima und so weiter. Plastik, wie wir die Kinder behandeln, was die Schule ist, was Schulmedizin ist, was Atommüll betrifft, was die Kriege betrifft, was Satanismus betrifft, wer die Welt wirklich regiert, zumindest jetzt mal auf dieser metapolitischen Ebene und zum Teil auch in der interdimensionalen Ebene in Verbindung mit außerirdischen oder mit dämonischen Archontenwesen oder was auch immer. Also wirklich dieses ganze Weltbild. Und da sieht man einfach verheerend. Und ich habe das auch bewusst, aber auch nur einmal in diesem Vortrag gemacht, der ist auf YouTube zu sehen, einfach um zu zeigen, hey, schaut hin. Schaut wirklich hin und fühlt in euren Herzen, wo wir jetzt stehen und welche Herausforderungen jetzt eben gelöst werden müssen, weil das Leben saldiert jetzt und sagt, okay, Tiefpunkt erreicht, was müssen wir jetzt tun, um wieder den Aufstieg zu schaffen. Das heißt, der Aufstieg heißt, unsere geistige Amnesie aufzulösen und wieder zu erkennen, wer sind wir wirklich. Was für multidimensionale Wesen wir sind und das alles belebt ist, was auf dieser Erde oder auch im Universum existiert, bis hinunter zu den Atomen. Atome haben Intelligenz. Planeten- und Sternensysteme haben Intelligenz. Also dieses uralte Wissen, was in Atlantis noch war, aber eben untergehen musste, weil wir immer noch in der Abstiegsphase waren. Und das Leben möchte jetzt von uns, okay, jetzt wacht es wieder auf. Und das braucht natürlich auch wieder Zeit. Das ist nicht ein, okay, Spiel vorbei, sondern jetzt müssen wir die Umkehr machen und diesen Weg zurückgehen. Und dieser Weg zurück geht auch wieder über 13 Jahre. Da lege ich so viel Wert auf diese Zeitphase bis 2025, weil das wieder eine Basis bildet für die Zeitphase von 260 Jahren bis 2268. Also ist quasi jetzt die Zeit, wo der Stempel geprägt wird oder der Stempel aufgedrückt für die nächsten 200 Jahre sozusagen. Zumindest wo wir die Weichen stellen. Also das eine ist... 2013 bis 2025 sozusagen. Wir müssen unterscheiden auch natürlich von der Indie-Wellen-Entwicklung, die jeder mehr oder weniger zumindest, ich sage jetzt mal, zu 70 Prozent selbst entscheiden kann, selbst wählen kann, Kraft seines freien Willens. Aber ich rede hier in diesen Zeitzyklen von kollektiven Entwicklungen. Das heißt, der Meier-Kalender hat unterschiedliche Ebenen. Die Ebene des Individuums, wie reagiere ich selber, wie gehe ich in Einklang mit diesen Zeitqualitäten, wie lebe ich damit. Hat aber eben auch kollektive Strukturen und hat evolutive Strukturen. Also das sind fraktale Ebenen, die eben sehr bis weiträumige, schöpferische Zeiten, halt Zeiträume 16 Milliarden Jahre betrifft, aber auch in die Zukunft. Ich muss dich da jetzt mal ein bisschen einfangen, ich merke gerade, wie unglaublich komplex das ist. Du bist da seit 20 Jahren drin und das wird schwierig, das Ganze so begreiflich zu machen. Also wenn ich das jetzt richtig so aufgenommen habe, dann waren wir an der Talsohle und sind gerade dabei jetzt seit 2013 quasi so weiter zu gehen. Also dieser 20-jährige Zyklus oder 26-jährige Zyklus. 13 und 26. 26, also jetzt sind wir gerade so am Aufschwung zu erkennen, was passiert. Genau, aber wir wachen. So, halt mal, wo sind wir überhaupt? Und ich möchte es jetzt mal konkret machen. Ich habe 2016 jetzt im Blick, wir sind ja im Jahr 2016, es sind zwei Ereignisse passiert, die so vielleicht vor 10, 20 Jahren noch nicht passiert wären. Das eine war zum Beispiel das Votum der Engländer, der Brexit, wo alle Mainstream-Medien gesagt haben, niemals, die Engländer werden niemals dafür stimmen, sondern die haben sich gegen die EU entschieden, was ein durchaus nachzuvollziehender und logischer Schritt ist. Also das einzig Richtige. Die EU hat überhaupt keinen Vorteil gebracht, nämlich nicht nur einer kleinen Gruppe von Menschen. Der Rest ist Propaganda-Opfer, wer es nicht kapiert hat. Und das andere ist, im November jetzt, als Donald Trump eben von den Amerikanern gewählt wurde, entgegen aller Prognosen, ist ja auch klar, was wir von den Prognosen halten müssen. Also sehen wir, das ist jetzt die Frage, sehen wir an diesen beiden Ereignissen vielleicht so ein Erwachen, dass die Leute eben nicht mehr so kollektiv blöd gehalten werden können, dass da jetzt etwas kommt, dass die Menschen erkennen, okay, wir müssen in eine andere Richtung gehen. Sind es Zeichen, die wir da sehen, in der Richtung? Schwierig zu sagen, das werden wir sehen, ob das wirklich Zeichen sind, weil wir haben jetzt natürlich zwei, ich meine, die Zukunft ist nicht fest, es gibt viele mögliche Zukünfte, also da hat jeder für sich persönlich oder wir als Menschheit eine riesige Palette, wo es hingeht. Und es gibt mögliche Zukünfte, die aufgrund der Vergangenheit und der Gegenwart dazu tendieren, weil die am meisten Ladung haben. Und jetzt gibt es natürlich die alten Herrscher, die wollen natürlich die Menschheit nicht abgeben, ihnen die Freiheit geben, okay, wir haben unseren Job getan, wir hängen das an den Nagel und jetzt fördern wir wieder die Spiritualisierung, sondern die wollen jetzt über schwarzmagische Aktivitäten und gerade über die Technisierung, beispielsweise über die Digitalisierung, wirklich in diese Richtung gehen, wie wir es kennen aus Matrix, wie wir es kennen aus Schöne neue Welt von Aldous Huxley, George Orwell 1984, Herr der Ringe, Star Wars, also man kann jetzt, wenn man diese Hollywood-Filme nimmt, kann man die ein bisschen zusammen machen, ein eigenes Thema draus, Süppchen kochen und dann wissen wir ungefähr, in welche Richtung das die neue Weltordnung der Illuminaten oder wie auch immer man die nennt, gehen will. Auf der anderen Seite spiritualisiert uns das Leben ganz stark. Das heißt, das natürliche Leben, das kosmische Leben, die Einstrahlung, die Frequenzen, die Erdkräfte, die solaren galaktischen Kräfte, die spirituellen Kräfte fördern unser Aufwachen. Also wir haben jetzt diesen starken Konflikt, das merkt man ja, die Extreme werden immer extremer. Das heißt, die Frage ist jetzt natürlich, Brexit von England oder von UK, Großbritannien als eigentlich der Ideengeber der Europäischen Union, ist für mich mehr, wir ziehen uns zurück vom untergehenden Schiff. Das war für mich ein Schachzug, ganz klar. Okay, wir haben euch lange genug das aufgezwungen, haben die Währung aber nie angenommen, das war ja auch schon so ein Bestandteil, haben da sehr viele Schwierigkeiten in der EU immer gemacht, weil wir immer wieder quergeschossen haben mit unseren Dings und jetzt ziehen wir uns zurück und lassen euch untergehen. Aber wir sind auf einem sicheren Hafen schon mal. Der zweite Faktor ist, was mir schon aufgefallen ist mit der ganzen Währungsumstellung, dass alles sich immer mehr dem 1 zu 1 Wechselkurs nähert. Das heißt, Schweizer Franken, Euro, Dollar und jetzt frisch auch durch den Brexit die Pfund kommen immer mehr auf einen gleichen Nenner. Das ist für mich so ein Hinweis von, okay, jetzt kommt bald die Weltwährung. Weil es dann einfach vereinfacht ist, das Ganze rüberzuziehen. Alles zu vermischen, alle haben den gleichen Wechselkurs, also können wir gleich eine Weltwährung machen. Bei Trump, das finde ich super spannend, weil Trump ist sowas von unberechenbar, zumindest was jetzt von den Informationen, die wir über Trump halt bekommen haben, dem traut man alles zu. Okay, wirklich alles. Keiner kann ihn positionieren. Das sieht man ja schon von seinen ganzen despotischen, egomanischen Wahlkampfreden, wo er wirklich auf alles draufgeschlagen hat, was ihm gerade auch in den Sinn kommt. Und dann der Vergleich, seine Wahl Siegrede, wo er plötzlich eine ganz andere Energie gehabt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war plötzlich so vereinigend. Und ich bin doch der, der eigentlich alle unter einen Hut bringen will. Und ich will ja eigentlich allen dienen. Und so, also völliger Umschwung. Und er ist unberechenbar. Und darum zappelt jetzt die ganze Welt, die Börsen und alles. Es kam ja nicht so schlimm, wie alle zuerst befinden. Ich muss gestehen, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, dass das wirklich passiert. Aber ich finde es super spannend, weil das Leben hier so einen Überraschungseffekt reinbringt. Und keiner weiß, wo es jetzt lang geht. Bei Clinton wäre es klar gewesen, welchen Kurs das Clinton... Clinton war Krieg mit Ansage. Natürlich. Clinton wäre ganz klar die gleiche Politik, die auch Bush gemacht hat, obwohl die eigentlich im anderen Lager ist. Aber im Hintergrund sind es ja alle die gleichen. Strippenzieher. Also wir hätten eigentlich gewusst, ja scheiße, mit Clinton wird also Überwachung, Geheimdienstaktivitäten, Terror und so weiter noch extremer zunehmen. Und bei Trump hat keiner eine Ahnung, was jetzt kommt. Wird er noch schlimmer? Wie Obama und Bush? Oder wird er vielleicht genau das Gegenteil? Also ich freue mich, weil ich meine, wenn wir jetzt davon ausgehen, das sind ja auch nur Marionetten. Das heißt, sie haben Schauspieler mit bestimmten Rollen. Und Trumps Rolle bietet so viel Freiheit, dass man ihn machen oder über ihn Dinge tun kann, die hätte man bei Clinton nicht durchführen können. Also da ist jetzt auch sehr viel Raum für die Strippenzieher im Hintergrund, Dinge zu initiieren. Und auch da, also ich muss nochmal sagen, diese Spiritualisierung, die jetzt wirklich seit 2013 jeden Menschen erreicht. Auch die Illuminaten, auch die Satanisten, also alle werden spiritualisiert. Keiner kann sich dem entziehen. Man kann sich natürlich schon weigern und dagegen ankämpfen. Also wenn man schaut, zum Beispiel im letzten Jahr hatten wir ein ganz wichtiges Jahr, da ging es sehr viel um Magie. Also von Ende Juli 2015 auf Ende Juli 2016, das war das Jahr des weißen planetaren Magiers. Und wir hatten Magie ohne Ende. Und zwar sichtbar. Sichtbar, ganz extrem. Es wurden zum Beispiel so viele Kirchen des Luzifers und des Satans offiziell gegründet, wie noch nie. In allen Großstädten dieser Welt. Was heißt das, was bedeutet das, da ist das Böse jetzt am Vorkommen? Ja, das ist ja schon länger am Vorkommen. Oder war natürlich im Untergrund immer sehr mächtig. Aber jetzt zeigt es sich deutlich. Du hast ja die Eröffnungsfeier gesehen vom Gotthardtunnel. War bizarrt, ja. Ganz einfach, das war die Eröffnung der Unterwelt und die Befreiung von Luzifer und seinen Schergen, die jetzt auf die Welt losgelassen werden. Das war einfach... Moment, Moment, da kannst du jetzt nicht so einfach drüber gehen, das muss ich erst mal sacken lassen. Also sprich, da hat jemand die Büchse der Pandora aufgemacht. Genau, und visuell für jeden. Und alle waren verstört, die das gesehen haben. Ja, ja. Und natürlich ein bisschen argumentativ, ja, weil natürlich das Graubünden, die haben ihre Sagen und die haben ihre alten Stichten und das hat auch mit dem Teufel zu tun und bla bla bla. Das war eine Schwarz... Du bist ja Schweizer, du hast ja da ein bisschen mehr Einblick in die ganze Richtung. Ja, aber das war eine schwarz-magische Zeremonie vom Feinsten und der Welt wurde gezeigt, was tun wir hier. Das kann man natürlich argumentativ, die Geschichte, die dann argumentativ nachgereicht wird, kann man mal auf der Seite weglassen, sondern nur das Gefühl nehmen, was fühle ich? Was nehme ich wahr, wenn ich jetzt diese Zeremonie betrachte? Was kommt in mir hoch? Okay? Hat auch viel mit CERN zu tun, hat auch viel mit Technomagie zu tun. CERN, du meinst das Labor oder diese Forschungsstätte, wo sie die Protonen aufeinander schießen in diesem... Ja, aber da geht es um Öffnungen von Raum-Zeit-Portalen, da geht es eigentlich gar nicht um das Finden des Gott-Teilchens, da geht es eigentlich um die Absicht, dunkle Materie in diese Welt zu bringen, sie zu verschmelzen mit der Lichtmaterie, so wie wir sie kennen, um eine super Symmetrie zu bilden. Also da geht es um ganz andere Dinge. Und wenn man CERN anschaut, CERN hat in seinem Logo 666, hat das Internet entwickelt, der Wissenschaftler von CERN hat Ende der 80er Jahre das Internet entwickelt, WWW ist numerologisch auch wieder 666, das ist eine Frequenz, und diese Frequenz des Teufels, wie sie ja in der Bibel genannt wird, bindet den Geist in die Materie und hält ihn dort fest. Also es ist quasi die Zahl selber schon, es kommt aus dem Himmel und zentriert sich unten in der Materie. Die 9 ist genau das Gegenteil, sie kommt von unten und ist oben. Dreifach, also das heißt die Spiegelfrequenz von 666, als Frequenz von Lucifer, des illusorischen Lichtes, was dich lockt und letztlich bindet und gefangen nimmt und eine Energie aussaugt und missbraucht, wäre 999. Das wäre für mich die Frequenz von Christus. Also wenn man es jetzt auf dieser Ebene schaut, als archetypische Pole Lucifer und Christus, also dieses Spannungsfeld. Und bei CERN passiert ganz viel Magie, die experimentieren mit Dingen, das ist der Wahnsinn. Und es ist auch spannend, dass CERN vor zwei, drei Jahren einen Film rausgebracht hat. Und das nennen sie Symmetry. Und es ist ein ganz spannendes Kinofilm gewesen, es ist in Cannes ausgezeichnet worden. Also ganz spannend, wo diese ganze Thematik Licht und Dunkelheit, Lichtmaterie und dunkle Materie, Verschmelzung und aufbereitet wird. Mir wird das gar ein bisschen seltsam, das ganze Licht, die ganzen Kirchen, die da aufmachen und diese Zeremonie. Was glaubst du, was da der Hintergrund ist? Ist es das letzte Gefecht der Dunkelkräfte oder versuchen die jetzt endgültig das Ruder zu übernehmen? Wie kann man ein erwachendes, ein erwachender Organismus, Planet Erde und Menschheit, die eigentlich Götter sind, auf Erden, die es einfach vergessen haben und sich jetzt identifizieren als arme Würmer, machtlos und weiß nicht was, jetzt erwachen die plötzlich. Sieben Milliarden oder vielleicht haben wir schon acht Milliarden, wissen wir nicht so genau. Wie kannst du die jetzt trotzdem immer noch in deiner Macht halten? Wie kannst du die immer noch benutzen, missbrauchen und ihre Energie absorbieren? Du musst Wege finden, wie du sie einbindest. Okay, jetzt verstehe ich, in welche Richtung dein Gedanke geht. Also das sind Zeichen des letzten Gefechts der Dunkelmächte? Nicht des letzten, das ist ja wieder ein bisschen absolutistisch, sondern es ist ein Zeichen des Spannungsfeldes, in dem wir uns heutzutage befinden. Und es wurde uns jetzt deutlich, wirklich für jedermann sichtbar offenbart. Auch in Filmen kommt das immer mehr. Und dabei spielt nicht nur schwarze Magie, das geht bis zu Menschenopfer, Satanismus und so weiter. Also es ist wirklich ein Thema, was auch in Deutschland, jetzt jüngst zum Beispiel von Dagmar Neubronner mit einem Buch dargestellt wurde, mit Kindesmissbrauch und so weiter, mit Mind Control, mit Bewusstseinskontrolle, auf allen Ebenen. Also wir sind momentan in einem Zustand, unser Planet ist überlagert von technologischen Frequenzen in jeder Schicht. Und unterirdisch, auf der Ebene, also wir haben Bluetooth, wir haben WLAN, wir haben Handynetze, wir haben Satellitenstrahlung, wir haben HAB, wir haben, es ist der Wahnsinn, es wird immer mehr digitalisiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Schritt in diesem Versuch, uns gefangen zu halten und uns vom Erwachen abzuhalten. Wer sich digitalisieren lässt, die digitale Schicht, wenn man sagt, okay, hier ist die physische Dimension, hier sind die spirituellen geistigen Welten, okay? Und dazwischen wird jetzt eine künstliche, virtuelle Realität reingezogen, die schon weltweit ausgebaut ist. Und diese künstliche Realität treffen wir automatisch auf unserem Weg zum Erwachen, weil wir alle ein Stück weit technologiegeil sind oder affin sind. Und die, die sich da reinziehen lassen, die verschwinden in der virtuellen Realität und geben ihre Lebenskraft in diese Realität rein. Du meinst konkret zum Beispiel Leute, die den ganzen Tag World of Warcraft spielen oder so? Computerspiele? Extrem, aber überhaupt schon alleine, dass wir uns in diesem künstlichen Raum bewegen. Der virtuelle Raum ist ja nicht existent. Es gibt ihn nicht. Stecker ziehen, wo ist er denn? Das ist ein künstliches Konstrukt, was nur über die Technologie möglich ist aufzubauen. Und das legt sich aber frequenzmäßig, weil diese ganzen Lichtfaserkabel, Funkkabel und so weiter, die WLAN-Felder durchziehen, durchdringen die natürlichen Felder. Und beginnen die Menschen einzufangen. Und du weißt ja selber, wie das ist. Ich meine, Fernsehen ist ja auch so ein Medium. Das war nach langer Zeit analog. Mittlerweile gibt es nichts mehr Analoges. Alles ist digital gepulst. Und die digitale Frequenz trägt keine Gefühle. Es ist eine rein mentale, berechnende, mathematische Welt. Null und eins. Null und eins. Gut, es kommt jetzt die Quantenthematik noch dazu. Null und eins und minus eins. Das wird ja noch spannender. Jetzt kommen auch schon die neuesten Chips, die mit menschlichen Gehirnzellen gebaut sind. Also die künstliche Intelligenz ist momentan extrem im Vormarsch. Wenn man sich anschaut, was die CEOs, also die Geschäftsführer oder Besitzer von Start-up-Unternehmens und Unicorn-Unternehmens im Silicon Valley sagen, die sind schon ganz woanders. Die haben schon den Chip im Gehirn. Die sind schon virtuell vernetzt. Die sagen auch, die künstliche Intelligenz entwickelt sich schon dermaßen, dass wir in 10, 20 Jahren für die künstliche Intelligenz nur noch wie Tiere sind. Weil wir so dumm sind. Und dann übernimmt es Sky nicht, oder? Nein, es ist ganz einfach. Wir sind alle mit den Mikrochippen im Internet mit der virtuellen Realität verbunden. Alles, was ich denke, fühle, wahrnehme und sehe und erlebe, wird sofort in der Cloud gespeichert. Ich kann es jederzeit abrufen. Die natürlich auch, die das Internet besitzen. Ich kann es mit meinen Freunden teilen. Das ist nicht mehr so wie heute Facebook. Hey, ich schicke dir einen Link, ich teile jetzt was mit dir, wo ich gerade bin. Sondern du gehst nach innen, gehst über deinen Chip mit deinem Bewusstsein ins Netz und kannst gleichzeitig erleben, was dein Freund am Ende der Welt erlebt. Du siehst es, du fühlst es, du nimmst es wahr. Also ich habe von diesen Dingen auch schon gelesen und ich glaube, dass das aber in den nächsten 10 bis 20 Jahren, wenn überhaupt, noch nicht so weit ist. Ist schon Realität. Technologisch in den Geheimtechnologien. Ich habe mit einem ehemaligen Techniker von der CIA gesprochen gehabt. Er hat gesagt, stell dir mal vor, die Zukunftstechnologie in 10 Jahren. Was kannst du dir forschen? Die beste Technologie. Wir sind bereits weit darüber hinaus. Das heißt, die Black Budget, also die schwarzbudgetierten Konzepte der Geheimdienste und diese verborgenen Strukturen, die sind schon ganz anders. Also das läuft alles nur noch über Felder. Nochmal zurück zu diesem Frequenzkäfig, in dem die Welt eingebunden ist. Da kommt ja jetzt auch noch die ganze Gentech dazu, was nochmal verkünstlichte Genetik. Genetik ist ja was ganz Extremes. Die Genetik ist eigentlich die Bio-Hardware des Lebens grundsätzlich. Das ist der Speicher der Empfänger und Sender für alle Lebewesen, die in Fleisch und Blut sind. Das ist eine ganz wichtige Schnittstelle. Das ist nicht nur ein Bauplan. Da ist viel mehr drin. Und diese verändernde Genetik, die wird jetzt über die ganze Welt verstreut. Monsanto, etc., PP, sei Dank. Also die ganzen Firmen. Heißt ja Bayer. Ja, eben. Also es gibt, naja, jetzt. Aber eben, das wird verteilt. Dann haben wir Nanotech, Nanotechnologie. Die Nanotechnologie wird auch immer biologischer. Das heißt, wir haben die Bionic. Das heißt, es wird immer mehr eine Verschmelzung wirklich geben zwischen Technologie und Biologie. Ob das jetzt Bakterien sind oder was auch immer, die dazu verändert werden, dass die Dinge übernehmen, weil es einfach viel besser funktioniert. Weil unsere Technik einfach hinterherhinkt. Egal, welche Materialien wir verwenden, verwenden wir aber Bakterien. Oder eben in Mikrochips mit menschlichen Gehirnzellen, die jetzt offiziell bereits existieren. Das ist eine offizielle Info. Da hast du ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, die Matrix übernimmt uns immer mehr. Schau dir doch mal an, was würde passieren, wenn das Internet nicht mehr funktioniert. Er würde alles durchstehen heutzutage, ja. Unsere analoge Realität würde zusammenbrechen. Wir würden zurückkatapultiert werden. 20 Jahre nur. Aber das würde reichen, um unsere ganze heutige Gesellschaft lahmzulegen. Okay? Also wir müssen uns wirklich bewusst sein, wir sind schon digitalisiert. Ein Stück weit. Und ich kann den Menschen nur empfehlen, hey, bleibt es natürlich so viel wie möglich. Wir wissen ja ganz extrem drum, um diesen Konflikt oder um diesen extremen Spagat zwischen Natur und eben Digitalisierung. Die Natur wird spiritualisiert und das ist auch der Weg. Wir müssen unsere geistigen, seelischen Potenziale und Kräfte entwickeln, was ja bereits schon einige Menschen tun. Aber es geht ja auch um eine kritische Masse. Ich meine, wir reden ja dann letztlich doch von 8 Milliarden oder 7 Milliarden Menschen. Und was das Kollektiv letztlich produziert in den Feldern, in den elektromagnetischen Feldern, in den morphischen Feldern und so weiter, das ist das, was auf dieser Bühne dann letztlich sich manifestiert. Das heißt, es braucht eine gewisse Anzahl von Menschen, die wirklich multidimensional bewusst sind, die wirklich wieder dieses Bewusstseele auf Erden sind, leben und sind, um da eine gewisse Gegendynamik zu bringen. Und ich rede da nicht von diesen Menschen, die jetzt in der Esoterik-Szene, ohne jetzt jemandem näher zu treten, einfach so ab und an mal an einem schönen Seminar mitmachen und den Rest des Alltages wieder 0815 gesteuert sind. Es braucht sehr viel Bewusstheit und Wachheit, jetzt in dieser Phase wirklich bei sich zu bleiben, seinen Raum einzunehmen und wirklich seine göttliche Energie, gerade über das Herz, was das stärkste Organ ist, auch energetisch, 5000 Mal stärker wie unser Gehirn, wirklich in die Welt zu bringen, meine Seelenvisionen zu manifestieren und dadurch auch andere zu entzünden und zum Aufwachen zu bringen und einfach auch auf die, ich sage jetzt mal, Gefahren der Digitalisierung, aber auch gerade der Magie, die momentan abläuft, einfach darauf hinzuweisen. Jetzt hast du mir eigentlich die Antwort schon gegeben für die Frage, die ich dir stellen wollte, und zwar, was ist jetzt eigentlich das Gebot der Stunde? Wir haben jetzt viel gehört von dir über Hintergrundmächte, über Manipulationen, wie wir mit verschiedenen Techniken und Geschichten halt einfach niedergehalten werden, auf dem Stadium der einfachen Batterie, dass wir ausgesaugt werden. Und die Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist eben, wenn jemand das hört und dann immer kleiner wird im Sessel, so wie es mir gerade ging, so irgendwie so ein bisschen, oh Gott, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Information? Wie sollten wir jetzt umgehen mit uns selber und natürlich auch mit der Zeit, weil das ist ja das Thema unseres Gesprächs aus, wie sollten wir mit dieser Zeit jetzt umgehen? Also die Zeit ist auf unserer Seite, okay? Das ist mir ganz wichtig. Und darum kommt ja auch immer wieder so das, ist es wirklich das letzte Gefecht, das letzte Aufbäumen der Dunkelmächte und so weiter. Das ist schon irgendwo richtig, weil die Zeit spielt in unserer Hände, weil die Zeit, das Leben, das Universum, der Kosmos, wie auch immer, spiritualisiert. Das heißt, jetzt werden die Türen geöffnet. Der, der aber bewusst aktiv dabei natürlich mitmacht, Kraft seinen freien Willens, der zuerst mal Selbstverantwortung übernimmt, ganz wichtig, was immer mehr Menschen tun, nicht mehr der Arzt, nicht mehr der Politiker, nicht mehr der Pfarrer oder sonst wer, ist verantwortlich, sondern ich bin. Das sind zwei ganz wichtige Worte. Ich bin verantwortlich für mein Leben. Und ich, dann kommt der nächste Schritt, mich selber zu ermächtigen. Weil durch meine Gedankenstrukturen und meine emotionalen Strukturen kann ich Kräfte magisch freisetzen. Sie sind sehr mächtig. Das heißt, wenn ich die richtigen Gedanken und Bilder fokussiere mit meiner Aufmerksamkeit, geht automatisch meine Lebenskraft und meine Schöpferenergie in diese Bilder. Zuerst mal rein mental als Schwarz-Weiß-Skizzen. Dann kommen meine Gefühle hinzu. Meine Freude, meine Liebe, meine Sicherheit und meine Macht geht da rein und fängt es an auszumalen und zu verdichten, dass es sich dann eben aus dem Quantenschaum kristallisieren kann. Kraft meiner Beobachtung, aber auch Kraft meiner Schöpfermacht. Wenn ich jetzt natürlich jemand bin, ich habe doch diese und diese Träume, habe aber gleichzeitig die alten Muster, das schaffe ich ja eh nie. Was mache ich dann? Ich wische es sofort wieder aus dem Äther. Mein Wunsch. Das heißt, es braucht natürlich meine Kraft und meine aktive Teilnahme, dass ich meine Träume wahrhaftig unterstütze, so oft und so lange und so intensiv wie möglich. Und die stärkste Kraft ist die Liebe. Diese allmächtige Liebe. Nicht die romantisierte, streichel, streichel, brav, lieb nett, Friede, Freude, Eierkuchenliebe. Sondern ich rede von der mächtigen Liebe, die göttliche Liebe. Das ist eine ganz andere Energie, eine ganz andere Kraft. Und die schicke ich da rein. Schon allein mal aus Egoismus, das darf ich ja. Ich darf ja aus Egoismus es mir so gut wie möglich gehen zu lassen. Aber die Liebe nimmt halt nicht Rücksicht, sondern identifiziert sich mit jedem Lebewesen als sich selbst. Das heißt, wenn ich in der Liebe etwas erschaffe, dann werde ich nie jemanden schädigen dadurch. Weil die Liebe sagt, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Es gibt nur ein Ich Bin. Auf der Herzebene gibt es nur das Ich Bin. Und das Ich Bin verwendet jeder Mensch. Es gibt nur ein Ich Bin. Ich kann zwar sagen, ich bin Martin, ich bin Robert. Aber das Ich Bin, dieser göttliche Kern, der uns befähigt, dass wir wissen, dass wir sind, dass wir es denken können, dass wir es fühlen und aussprechen können, das ist der göttliche Funke in uns. Und je mehr wir uns bewusst sind, dadurch, dass wir uns meditativ mit dieser Quelle des Ich Bin verbinden und immer mehr zur Seele werden und diese inneren kosmischen Welten, die in uns existieren, wirklich ernst nehmen und ihnen Wahrheitsgehalt geben und uns da ausbreiten und entdecken. Das ist ja das, was wir in unseren Ausbildungen den Menschen eben mitgeben. Ob das jetzt Channeling-Ausbildung ist oder die Heiler-Ausbildung oder zu den Delfinen zu gehen oder mit unseren Produkten wie den monatomischen Elementen, alles hat das gleiche Ziel. Den Menschen zu unterstützen, zu sich selbst zu werden, zu seinem wahren Selbst zu werden und dieser Selbst immer mehr hier in Fleisch und Blut auf der Erde leben zu können und zwar in einer Selbstverständlichkeit. Nicht in dem Esokleid von Ach, ich bin doch so spirituell und ich bin auch so wichtig. Das ist völliger Blödsinn. Spiritualität ist ganz was Normales. Wir sind alle spirituell. Es ist bodenständig. Es geht nicht hausieren. Es verkauft sich nicht. Es ist. Und dieses Sein in den Alltag zu bringen, dann wirst du immer mehr feststellen, Halt mal, ich kann ja die Realität wirklich biegen, verändern. Wie jetzt zum Beispiel im neuesten Hollywood-Film Dr. Strange. Ist ja super. Die Filme, die geben uns so viel Information, wenn wir sie ernst nehmen und nicht nur als Märchengeschichten wegschieben, sondern Dr. Strange. Auch hier, wie können wir die Realität formen? Wie untersteht die Realität eigentlich unserer schöpferischen Macht? Gerade wenn sie von unserer göttlichen Liebe getragen ist. Weil dann kommt sie zum Wohle des Ganzen zugute. Dann kommt sie für alle zugute. Und immer stärker. Das heißt, wir werden immer mehr ein Feld aufbauen, was einfach sehr mächtig ist. Und da kann dann wirklich, so wie es auch Christine in der Sendung erzählt hat, da kann sogar ein schwarzer Meister sich manifestieren und sie überlebt es. Was ja wirklich etwas ist, was ich keinem Menschen wünsche. Das ist eine hochprekäre Situation, die nicht nur körperlich bedrohlich ist, sondern für die Seele bedrohlich ist. Und das ist wirklich eine Herausforderung, wie bei Jesus in der Wüste, als er dem Teufel begegnet. So könnte man das sehen. Aber das passiert in den meisten Menschen gar nicht. Sie werden unterschwellig, ständig manipuliert über die Medien, über die Frequenzen, über das, was sie essen, über die Gifte, über die Medikamente. Also das Geflecht, in das wir schon so eingeflochten sind, der Matrix, die, ich nenne es jetzt mal, eben luziferisch ist und von der künstlichen Intelligenz getragen ist, von einem sehr destruktiven Geist, ist schon so extrem ausgebaut. Das ist einfach so. Und da brauchen wir wirklich Macht und Stärke, uns daraus zu befreien, beispielsweise auch dem die Macht zu entziehen, was ja auch noch ein Thema ist. Also in die Selbstermächtigung zu gehen, um mich wirklich in meinem Bewusstsein auszudehnen und wieder aufzuwachen, wer bin ich? Hast du denn eigentlich Hoffnung, wenn du die Menschen anschaust, wie lethargisch die teilweise unterwegs sind, wie viele Leute da ins Stadion rennen, zum Fußball spielen, sich mit allen möglichen ablenken? Hast du Hoffnung, wenn du die Welt so beobachtest, wie sie ist oder fährt das Ding gegen die Wand? Ich habe nicht Hoffnung, ich weiß, dass das Leben es macht. Ich vertraue dem Leben und ich weiß, dass der Mensch diese Lektionen kriegen wird, dass die er braucht, um sozusagen wieder zu diesem Diamanten zu werden. Also er vergleicht das ein bisschen mit diesem unglaublichen Druck, was Kohlenstoff, wir sind ja kohlenstoffbasierte Wesen, künstliche Intelligenz ist Silizium-basierte Lebewesen, das ist auch lebendig. Was dieser Kohlenstoff braucht, um zu verdichtet zu werden, was braucht der extremen Druck, Hitze, also sehr hohe Frequenz und intensive Energie, um dann irgendwann nach Jahrtausenden, gut, jetzt ist es beschleunigt, weil wir jetzt wirklich in diesem Hochofen sind, in dieser Zeit, wo ich eben sage, okay, die Zeit 2000 bis 2026 ist extrem, was da passiert, das kann auch Krieg bedeuten, wenn es nötig wäre, also das Leben wird alle Mittel verwenden, die wir brauchen, um eben durch diese Phase hindurch zu gehen, bewusst daraus hervorzugesehen und am Schluss kommt dann ein Rohdiamant raus, okay, ist aber nur ein Rohdiamant und dann kommen die Schleifwerzeuge und dann wird der Rohdiamant geschliffen und viele Menschen oder einige Menschen sind jetzt in diesem Rohdiamanten-Status, die haben jetzt schon sehr viel bei sich transformiert, geklärt, verwandelt, sind erwacht. Aber werden jetzt erstmal noch geschliffen? Und jetzt werden wir geschliffen, genau. Und jetzt kommen die Schleifmaschinen. Wir wissen ja nicht, wie sich ein Diamant fühlt, wenn er so geschliffen wird, aber wir wissen, was dabei rauskommt. Ein reiner Lichtfänger, Empfänger und Sender von reinstem göttlichen Licht und was das göttliche Licht in sämtlichen polarisierten Farben hinaus in die Welt schickt. Und so sehe ich die momentanen Entwicklung der Menschheit und da ist jeder Mensch drin. Die einen brauchen halt vielleicht eine Krebsdiagnose, um einen Sprung zu machen, wirklich aus der alten Welt in die neue Welt zu gehen. Und andere brauchen vielleicht sogar Kriege, was ja auch extrem zunimmt. Warum nehmen diese ganzen Kriege zu? Ja, weil die bösen Kriegstreiber das sind. Ja gut, aber welches göttliche Bewusstsein wirkt denn durch diese Kriegstreiber? Ja, es ist Luzifer. Gut, aber Luzifer ist wie Mephisto. Ich bin die Kraft, die stets das Böse will und auch das Gute schafft. Das heißt, auch er dient letztlich dem Göttlichen. Das heißt, diese ganzen, so brutal es für uns auf der menschlichen Ebene ist und so unbegreiflich und unverständlich und wir hadern mit Gott und mit dem Leben. Wenn wir da durch sind, durch diese stromschnellen Wasserfälle und Tsunamiwellen, die uns immer wieder unter Wasser schleudern und wenn wir dann da wieder in das neue Gewässer kommen, dann verstehen wir erst. Wow, was war das für ein Trip. Und wir inkarnieren ja nicht, dass wir als Menschen nur uns entwickeln, sondern wir inkarnieren, damit wir uns als Seelen entwickeln. Für uns als Seele ist die Erde ein multidimensionales Superkino, wo wir eintauchen und alles vergessen, wer wir sind. Und so realistisch mit allen Sinnen, auch mit sechstem, siebten Sinn, was ja jeder Mensch besitzt, nur halt vielleicht nicht entwickelt hat, das so erlebt und wow, und dann, wenn wir wieder dekanieren, also wenn wir uns wieder und dann sagen, hey wow, was habe ich jetzt wieder alles gelernt und was habe ich jetzt wieder für Fehler gemacht, aber was habe ich auch schon richtig gemacht und dann wieder als Seele planen, oh, wie geht es jetzt weiter, was mache ich jetzt und boah, 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 das ist so super spannend, hier zu sein. Aber als Seelen reifen wir auch, wir sind als Seelen noch nicht absolut erleuchtet, wir gehen als Seelen auch durch Reifungsprozesse, die aber halt ganze Schöpfungszyklen dauern oder mehrere Schöpfungszyklen von Abermilliarden von Jahren dauern. Ich meine, wir haben ja die Ewigkeit Zeit, das göttliche Riesen. Wir sind halt als Menschen so klein mikroskopisch in diesem Universum und glauben immer, aus dieser mikroskopischen Welt alles verstehen zu können und beschreiben zu können, was völlig anders ist. Jedes Mal, wenn wir einen Bewusstseinssprung machen, erkennen wir wieder die Unwahrheit des alten Bewusstseins und erkennen wir wieder eine neue Wahrheit und auch diese neue Wahrheit ist wieder vergänglich, weil wir uns wieder weiterentwickeln. Und das ist so ein super spannender Prozess und als einzelne Menschen, wenn wir dann wirklich so in der Scheiße drin sind und da durchgewachelt werden von diesen Kräften und alles, da ist es natürlich unglaublich leidvoll und brutal und grausam, aber dieses Leid bringt uns die Tiefe. Also wir müssen auch hier schauen, es gibt ja nicht nur ein Höhenwachstum, es gibt auch ein Tiefenwachstum. Wenn man das wie einen Baum vergleicht, wie der Lebensbaum oder der Weltenbaum oder wie jeder normale Baum, wir wachsen immer in beide Richtungen. Und jetzt gibt es die einen, die sagen, ich will nur nach oben wachsen, nur ins Licht, nur ins Schöne, haben aber keine Wurzeln. Was passiert dann, wenn ein bisschen Wind kommt, dann sind sie umgefallen. Das heißt, viele Lichtarbeiter sind eigentlich keine Lichtarbeiter, sondern sie sind so halb, so Zwielichtewesen. Sie brennen ein bisschen wie eine Kerze, kommt ein bisschen Wind, Kerze aus. Wir brauchen aber gestandene Lichtarbeiter, die Tiefe haben und Tiefenwachstum, das geht in die Unterwelten, in die Höllenräume und das tut immer weh. Das heißt, jedes Tiefenwachstum ist für uns unangenehm. Wir wollen nicht in die Tiefe wachsen. Und das ist auch das Problem der Esoterik-Szene, weil die wollen dann immer irgendwelche Regenbogenbrücken über diese tiefen Gräben bauen und dann, ja, wir tanzen jetzt über das La-Ha-Ha. Aber die löst sich dann auf und dann kommt der tiefe Sturz. Das ist wie Parzifal auf der Suche nach dem Heiligen Kral. Er kommt zu Kralzburg, aber ringsherum ist ein tiefer, schwarzer Graben, ohne Brücke gar nichts. Er muss runter. Und er schaut so rein und er hört ganz angsterfüllte Stimmen, die ihn in Angst erzeugen und er mutet Dämonen und was für alle Kreaturen, die auch ein Stück weit da unten sind, aber sie sind halt eben auch nur Illusionen. Und er muss runter in seine eigene Unterwelt oder der Schamane, bevor er in seine schamanische Tätigkeit kommt, muss er in seine eigene Unterwelt, wird da von archetypischen Wesen zerstückelt, wird in einen großen Topf geschmissen, da wird er umgerührt, wird also alchemisiert, dann kommen heilige Kräuter dazu, heilige Steine, heilige Gaben, dann wird er zum neuen Menschen aufgebaut und erst dann kommt er in die höheren geistigen Welten hoch. Das heißt, das ist ein Prozess und wir müssen uns in die Tiefe begeben und dieser Tiefe gehen halt die Menschen nicht freiwillig, weil wir so geartet sind. Unser Unterbewusstsein versucht uns vor Schmerzen und Leid zu schützen und nur Lust und Freude und Liebe zu ermöglichen. Und das ist einfach in dieser Welt nicht möglich, weil eben diese Tiefe lässt uns reifen und zwar Seelen lässt sie uns reifen, weil wir dadurch die Welt und die Schöpfung besser verstehen lernen, weil für uns als Seelen ist das alles Theorie. Erklär mal einer Seele, die noch nie in der Dunkelheit war, was Licht ist und was Dunkelheit ist. Sie weiß ja nicht mal, was Licht ist, weil sie nie die Dunkelheit erfahren hat. Also da muss ich dich jetzt kurz einfangen, weil es erinnert mich gerade dran, was die Christine mal gesagt hat, nicht reden mit euch beiden ist sehr, sehr schwierig. Lass uns da mal einen Punkt machen, weil das ist jetzt gerade so viel Information und ich muss das jetzt alles Es ist so gewaltig. Ich muss alles erstmal ein bisschen sacken und ich versuche es auch mal noch zusammenzubringen. Also wir leben in einer unglaublich verdichteten Zeit, in einer Zeitqualität, die eigentlich alles, was so eine Seele hier braucht, so mitbringt. Die einen nehmen es für die Richtung, die anderen nehmen es für diese Richtung und eigentlich ist es ein Glück, dass wir hier leben dürfen in dieser Zeit. Ein Freund von mir, der ist leider schon verstorben, ein alter Arzt, der hat mal gesagt, er ist auch ein bisschen hellsichtig gewesen, er hat gesagt, die auf der anderen Seite, die stehen Schlange, um hier zu inkarnieren. Und wenn wir dann, so wie du es gerade gesagt hast, irgendwann mal dekanieren, also wieder auf die andere Seite kommen, dann werden wir uns daran erinnern, warum wir uns diesen ganzen Schlamassel eigentlich jetzt erstmal ausgesucht haben. Und wir stehen gleich wieder an. An dieser Stelle jetzt ein Danke für dein leidenschaftliches Mitreden, Mitdiskutieren zu diesen ganzen verschiedenen Komplexen. Also ich merke, wie spannend es eigentlich ist, wirklich hier zu sein. Und ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt, was in naher Zukunft auf uns zukommt. Mal schauen, ob der Trump sich jetzt als Diamantenschleifer empuppt oder nicht. Das werden wir ja sehen. Der Trump selber ist ja nur Puppe. Würde es mir auf jeden Fall wünschen. Ist ja nur eine Puppe. Klar. Aber ich möchte noch gerne jedem Zuschauer sagen, er hat alle Macht in sich. Also zumindest mal, ich sage jetzt mal 70%. Ich bin nicht der Meinung, wir sind allmächtig, weil es gibt Kräfte oberhalb von uns, da sind wir nur Spielbälle, da sind wir nur Schachfiguren in dieser zwielichtigen Welt. Aber es ist so viel Macht in jedem Menschen drin. Und er soll eben einfach diese Macht in sich wieder befreien, wieder an sich glauben, wirklich auch diese Räume in sich aufsuchen und entdecken. Er ist nicht dieser kleine Wurm, überhaupt nicht. Das ist alles Fremdwissen. Das wurde alles konditioniert. Nicht nur in diesem Leben, auch aus früheren Inkarnationen, kommen natürlich auch diese Erfahrungen mit rein. Aber es ist so viel da in uns und wir brauchen jetzt jeden wirklich, um ein Potenzial, ein Feld aufzubauen. Und wir haben jetzt frisch ein Projekt initiiert, vor zwei Wochen, das nennt sich das globale Manifest. Und zwar aufgrund der Beschäftigung mit dem Internet und was da passiert, wollen wir, oder bieten wir jetzt eine Plattform für alle Menschen, die schon aufwachen oder die einfach sagen, hey, ich habe eine ganz andere Vision vom Leben auf der Erde. Also das, was ich jetzt da draußen momentan wahrnehme, da ist mir zu viel Leid und Schmerz und so, ich möchte doch gerne eine andere Welt, aber was kann ich denn schon tun? Und diese Menschen wollen wir weltweit zusammenbringen auf dieser Plattform, dass all diese Menschen ihr Manifest bekunden, das heißt, sie drehen ein Video oder komponieren ein Lied oder irgendein Gedicht oder sonst was, was ihre Vision des Lebens ist. Und laden das auf der Seite hoch, wir verbreiten das dann auf YouTube und Twitter und Facebook und wir multiplizieren das auch im Internet und wollen hier einfach so viele Menschen wie möglich zusammenzubringen, um auch hier eine geballte spirituelle Energie auszusenden, auf der einen Seite, weil auch das Internet gehört spiritualisiert, weil die künstliche Intelligenz das Internets absorbiert nur, ist also eben paracitär und da gehört auch eine spirituelle Energie zum einen, zum anderen, um anderen Menschen zu sagen, hey, wie viele gibt es denn schon? Schau mal, wie viele Menschen doch schon so sind wie du, weil wir kennen viele, die sagen, bei uns in der Gegend da gibt es eh keinen und überhaupt und hin und her. Das heißt, es gibt auch eine Suchfunktion, da kann man schauen, wer hat dann da schon auch ein Manifest hochgeladen, gibt es jemanden bei mir in der Gegend? Und das Nachfolge dann, wenn einmal eine gewisse Anzahl von Manifesten da ist, schieben wir dann analoge Projekte nach, was man dann wirklich in dieser Realität machen kann. Taktisch umsetzen kann mit Vernetzungen. Mit Vernetzungen, auch natürlich den Politikern, obwohl die zum Beispiel auch nur eine bestimmte Gehorsamsebene der Weltstruktur ist, aber auch zum Beispiel um die zu bombardieren mit den ganzen Manifesten, um denen einfach automatisiert E-Mails zu schicken. Jedes Manifest, was in Deutschland hochgeladen wird, kriegt gleich die politische Führungsebene ab, alle, dass es automatisiert per E-Mail an jeden Politiker geht, der hier mitspielt und zu zeigen, hey, das ist die Stimme des Volkes, das sind die Menschen. völlig unabhängig von Religion. Und das kann man bei euch auf der Seite finden. Das kann man auf globales-manifest.de sehen. Wir haben es jetzt erst frisch initiiert, also es läuft noch nicht so, wie wir es uns gehofft haben. Es braucht natürlich eine Zeit, bis die Menschen da mal vielleicht ein bisschen verstehen, aber es wird alles erklärt. Wir haben extra Videos gedreht, um zu erklären, auch warum das funktioniert. Ich gebe ihm halt erst mal Zeit. Zwei Wochen ist ja jetzt noch kein großer Zeitpunkt. Ja, ja, schon. Aber ich habe halt gehofft, dass die Menschen gleich so was so, bumm, wow, super. Wir kriegen ja diese Rückmeldungen, aber wir möchten halt auch eben Manifeste, dass wir die wirklich vorzeigen können. Schwangerschaft ist auch nicht in zwei Wochen. Hast du völlig recht, das ist wieder meine persönliche Ungeduld, weil ich gehe ja schon seit drei Jahren damit schwanger. Wir haben ein Jahr lang gebraucht, um diese ganze Homepage so zu programmieren und das Ganze vernetzungstechnologisch umzusetzen. Und jetzt ist endlich natürlich das Baby draußen. Jetzt habe ich natürlich gehofft, die springen gleich an. Aber eben, aber es braucht Zeit, ich habe es jetzt auch dem Leben gegeben. Gib ihm einfach die Chance zu fliegen. Aber eben, das sind einfach solche Sachen, einfach lösungsorientiert, das Positive, das Göttliche, wirklich die Liebe, den Weg der Liebe zu gehen, auch wenn er schwierig ist. Aber die Macht ist mit der Liebe, das ist eben das Schöne dran. Wenn diese Liebe wirklich wahrhaftig ist, wenn wir wirklich eins sind, das heißt Herz, Kopf und Becken, Bauch, wenn das eins ist, dann können wir Berge versetzen. Die Macht ist mit uns. Ist so, ist so. Aber wir entscheiden, welche halt. Vielen Dank. Blaubeiwald steht an. Ich freue mich schon mal, wenn ich die Arche bei euch besuchen darf mit eurem ganzen Tiermenagerie. Also alles Gute, sagt ja Christine, auch liebe Grüße. Danke gerne. Wir sehen uns spätestens bei euch im Blaubeiwald oder dann in Israel, worauf ich mich ehrlich sagen sehr gerne. Riesig freue drauf. Also alles Gute für dich und deine Arbeit und bis zum nächsten Mal. Danke dir, Michael. Alles Gute. Ja, liebe Zuschauer, jetzt erst mal durchschnaufen ein bisschen, vielleicht einfach nochmal zurück auf den Anfang, zurückspulen hat es früher geheißen und das Ganze sich bei anderer Gelegenheit nochmal anschauen, anhören oder so. Viel zum Nachdenken, viel zum Mitdenken und vor allem viel zum Mitmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut bei uns, bei Steinzeit oder wenn ihr einfach weiter mit aktiv denkt für diese Welt. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Alles Gute. Ciao. Ich freue mich drauf.